Ehhh, haben wir... Oh, ist da Honig? Können wir jetzt einen Honig herstellen? Fickt ja andere Tränke vollständig auf. Okay, cool. Ehhh, Geisteröl? Oh ne, da braucht man echt noch einen Scheid. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Hier ist es. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir's merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er so. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Bipp ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Bipp ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Oh Leute, Alter. Das wird jetzt echt hart. Denen Teufel holen. Herzige Götter. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Teufelbold daraus machen. Oh Scheiße. Unruhige Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Deine Mutter. Deine Wacht. Deine Wacht. Deine Wacht. Oh, nicht die Christ. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Oh, ganz ruhig. Aber, aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musstest unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Teufel. Er wird über dein Haus warten und mir helfen, deine Familie zu finden. Tja. Tja. Es kommen noch mehr. Eilung. Tja. Los doch. Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen. Tja. 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 Wie viele kommen denn da? Wie ein Scheiß... Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Alter, fall da ein... Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist... Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Alter. Und jetzt? Sprich mir mal. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, dir. Und empfange dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie. Und jetzt begrab sie. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Teubelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber? Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Okay. 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 Und erhebe dich, Dea. Das hat funktioniert. Die Alte vom Frieden, die Gäste. Hilfe! Ey Leute, ich hab nicht gedacht, dass wir das schaffen, ne? Wir müssen die Pferde tanken. Ja, krass. Wir haben echt einen Tölpe-Wolt. Aufs Gehmer. Verdammte Scheiße! Scheiße! Der Baron hatte zwar echt nicht verdient, aber... Für Dea freut es mich ein bisschen. Also, Lavendel haben Sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Ein Hufeisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Ich bin auf dem... was soll sicher. Sie gehe selbst минут in miriamo D40 claimred zurück. Anf ich! Sie werden noch nicht probieren. Du bist��를 mit viel Chaos zu fair. Nein! Wir CP favors mit have. Aert sie ist nicht w Pretty. Es war genau das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Fresse, wie viele kommen denn da noch? Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen Was haben wir denn da? Krass Okay Glaube ich nicht Riesige Klauen Das war kein Nekrophage Ein Hufeisen fehlt Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen Das erfordert enorme Kraft Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein Hat sie kalt erwischt Hoffentlich sind sie entkommen Hm Die Spur führt weiter Gut, dass sie hier noch nicht endet Was ist das ein Pferdekammer? Was ist das? Oh, 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 oh. Die Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder, Mama? Still, Junge. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dummzustellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist ne andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Grähenfels mit dem Baron. Warum? Weil... weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, mein ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kamen nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien. Hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Was für Brandzeichen? Sie hat... also... wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen. Innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße. Als würden sie noch brennen. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler. Als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann... aus dem Wald... dieses Brüllen. Mir brachte Angstschweiß aus. Und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald. So groß wie eine Scheune. Mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an. Riss ihm den Kopf ab. Trug sie in den Wald. Unsere Pferde. Mainz und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück. Nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich hab Fräulein Tamara was geschuldet. Drei Monate zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird es doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Das macht nicht aus. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Stufe 5. Also die Tochter ist dann Ochsenfurt auf jeden Fall. Äh, wo sind wir jetzt eigentlich? Wo muss man Monster List? Ähm, ja, okay. Also, ja, das, genau, das ist Ochsenfurt. Okay. Und irgendwas hat die, hat die Mutter geschnappt. Irgendwas Großes mit Hörnern. Alter Falter. Na, ich hoffe ja nicht, dass wir gegen das Vieh kämpfen müssen. Also, so Wehrwölfe, Vampire und sowas ist ja alles noch in Ordnung. Aber er geht mit einem Dämon. Der so groß ist wie eine Scheune. Äh, ja, nee. Dann würde ich sagen, wir reden mal mit dem Baron. Und, äh, schauen wir mal, ob es noch fest ist, noch zu haben. Wenn es nicht bald so hoch geht, wird heute noch ein Arsch ab. Langsamer. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe Das werde ich dir nie vergessen Hier, zum Dank Oh Mensch, cool Hat sich gelohnt Hexer, auf ein Wort bitte Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen Man nennt mich den Feldwebel Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter themerischer Flagge gedient haben Ich habe eine Frage an dich Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben Was habt ihr, der Baron und du getan? Da musst du den Baron fragen Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da Wo wird es denn von mir? Boah, okay Boah, von Hannah Okay, den lesen wir mal Mein geliebter Mann Wie war ich nach deinem letzten Brief erleichtert? Ich bin so froh, dass du nach der Verletzung auf dem Weg der Entbesserung bist Mir ist klar, wie es dich betrüben muss Die nächsten Wochen in einem Feldlazarett verbringen zu müssen Aber mein Herz ist voll der Freude darüber Dass du nicht mehr dein Leben auf dem Schlachtfeld riskierst Okay, das muss wohl noch davor, vor dem blutigen Baron Geschichte gewesen sein Tamara wächst und wächst und wächst Sie kann sogar schon stehen, wenn sie sich festhält Natürlich ist sie noch recht unsicher auf ihren kleinen Pummelbeinchen Man muss ständig auf sie aufpassen Wann immer ich mich abwende, klettert sie auf den Tisch und schnappt sich Was ihre Hände zu fassen kriegen Gestern hätte sie beinahe einen Topf mit heißer Suche über sich geschüttet Ich glaube, ich werde die Müllers Tochter als Hilfe einstellen Sonst fürchte ich, dass ich bald zu langsam für Tamara sein werde Vor allem jetzt, da du fort bist und ich die Hausangelegenheiten sämtlich alleine versehen muss Lieber Philipp, ich vermisse dich schrecklich und kann deine Rückkehr kaum erwarten Ich bete jeden Tag zu Militele für deine Gesundheit wie unsere Tochter Und darum, dass unsere Familie bald wieder vollständig ist Hoffentlich ist dieser furchtbare Krieg bald vorbei Ich liebe dich Ich bin immer leid Sehr schön Hier bist du also Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten Hab ich aus Nazair mitgebracht Anna hatte etwas darüber gelesen Wollte sie unbedingt haben Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert Sie war so glücklich dabei Und diese da Die Gefüllten In Sirikanien werden sie Paradiesvögel genannt Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen Sie hat sie geliebt Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte Aber gut, dass ihre Seele frei ist Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll Schrecklich Aber wir hätten nichts tun können Nein Weder jetzt noch in Zukunft Es war zu spät Das war klar Ich hätte früher handeln Und dieses verdammte Wählen verlassen sollen In diesem schmutzigen Sumpfloch hier Das konnte nicht gut gehen Ich habe Neuigkeiten über deine Familie Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen Hier draußen ist es ziemlich kühl Da war ich jetzt aber schnell oben, wa? Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten Du sagst, dass sie sicher ist Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer Der sie auch aufgenommen hat Tamara ist wohl auf Soweit ich verstanden habe Will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren Ich traue keinem Bauerntöpel, der ihr vielleicht geholfen hat Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist Geh zu ihr Überzeug dich, dass sie sicher ist Ich glaube keinem anderen Oh Junge ey, wir müssen Ciri finden Ja, wenn ich jetzt sage, komm nicht in Frage, dann läuft es ja trotzdem darauf hinaus, dass wir es machen Also, ey Na gut, das mache ich Ich bin dir dankbar Nimm diesen Anreiz Und das hier könnte nützlich sein Was ist das? Ein Geleitbrief Seit die Redania sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen Also gut Du solltest sie beide finden Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht Aber ich bin ja auf der Spur Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst Wie vereinbart Na gut Ein Mann, ein Wort Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern Wuhu, Ciri-Abenteuer Dein Mädchen ist ein Glückspilz Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmals König-Volltests würdig, wäre er noch am Leben Ciri, komm, dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich Und ob, ausgezeichnet Mädchen Nicht schlecht Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschwein-Jagd? Ein Hexer? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden Da blieb mir nur mein Schwert Nun, du hast es schön geschwungen Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Naja, äh, nö Hier und dort und überall? Nicht überraschend, wenn du allein unterwegs bist Jetzt bist du nicht mehr alleine Jetzt gehörst du zu uns Stimmt's, du gehörst zu uns Wir trinken zusammen, haben zusammen ein Wildschwein erlegt Aber wir haben keine Ahnung, wie du hergekommen bist Eine Frau im Männergewand Klinge auf dem Rücken Was bist du eigentlich? Eine Seltenerin? Na gut, dass wir Hexer sind, kann man ja sagen Eine Hexerin Aber nicht ganz Ich hab die Mutationen nicht durchlaufen Eine Hexerin? Du kennst dich also nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit Tränken und so aus? Nicht so gut Nur ein bisschen Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken Halt's Maul, Igrin Niemand interessiert sich für deinen Rücken Manche Frauen können Schwerter schwingen Ich kenn da eine Aber Pferde können sie nicht besteigen Nur Schwänze Sie reiten wie beschwipst Kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd Das im Stall Oh, das kommt nicht in Frage Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein Also, was ist los? Das Pferd gehört mir Ein Wettreiten gegen den Baron selbst Was für eine Ehre Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick In der Tat Okay Abgemacht Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert Abgemacht An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken Du brauchst einen klaren Kopf Bei Tagesanbruch geht's los Ja, cool Okay Ich glaube, jetzt lernen wir Wie so ein Wettreiten geht Das können wir noch gebrauchen Der Morgen dämmert Bereit? Bereit Wer zuerst beim Turm ist Aufsteigen Los, Ciri Mach uns keine Schande Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins Schneller Zeig ihr, wie es geht Nicht aufgeben, Mädchen Beheilung, schneller Komm schon, Mädel Ha ha Boah War aber enger Du bist der Wind Keine Frau Du hast dir das beste Pferd verdient Es gehört dir Vielen Dank Was? Noch eine Chance zu gewinnen Haben wir das Vieh nicht getötet? Sie schrie wie eine Irre Im Nu hatten alle die Wette vergessen Alle rannten, um sich zu retten Und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon Andere hatten weniger Glück Aber was dann geschah Hexer, ich habe vieles gesehen Aber noch nie so etwas Niemals Oh nein Ich kenne diesen Blick Du lernst schnell Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest Ich bin dran Aber du kommst kaum voran Sie haben sich getrennt Daran hatte ich erst nicht gedacht Keine Sorge Ich werde auch Anna finden Ah, der spielt Quint Guck an Cool Äh, ja Ich frage mich Alle vernichte Kommen bald andere Die Schwarzen werden das Land überfluten Und bald das Sagen haben Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig Das ist kein Geheimnis Das ist kein Geheimnis Ich war ein themerischer Soldat Okay Ist dir was? Ist dir was über Hexen in Wehlen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte Du bist Besiege mich Und du kriegst Und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten Ja, cool Ich glaube ich gar nicht Das sieht gut aus Ja, blabberum Ja, blabberum Wir haben leider diesmal nicht ein ganz so gutes Blatt Ein Nebel zieht auf Ja, blabberum Ja, was ist denn? Ja, ich kann jetzt nicht gerade nutzen Was ist der? Kann ich aber nicht jetzt brauche ich zehn für jeder hat noch sechs karten na dann mal los yes die ist gut verbrennen ist aber gut dass der die nicht später gespielt hat wir haben ja hier noch ich glaube der hat nicht so viele gute karten wir könnten glück haben jetzt muss er erst mal fünf mal haben wir das ding du hast gewonnen ein mann zählt nur so viel wie sein wort da hast du die karte ich fürchte in wählen findest du nicht viele würdige gegner der boots bauer in erzdorf könnte einer sein außerdem gibt es dann noch einen alten wahrsager östlich von hier bei der windmühle soviel ich weiß und dann ist da noch dieser junge nicht gescheiter als eine alte meere aber karten spielt er teuflisch gut ich weiß nicht ob du dem schon gewachsen bist cool die ganzen gewinnspieler unter sich weißt du extra cool ach guck an das ist der wo wir zwei karten ja den nehmen wir doch auf jeden fall mit rein richtig cool den haben wir dreimal dann nehmen wir die doch aus so dann können wir noch mal speichern gut leute dann würde ich sagen wir gucken wir noch mal kurz bei den west rein was wir jetzt so haben also familien an gelegenheiten sind wir auf jeden fall schon mal ein bisschen weiter bei der hexenjagd müssen wir noch ein bisschen da haben wir noch gar nichts gemacht ja skellige ach so genau und triss müssen wir dann auch noch besuchen aber wir haben auf jeden fall schon stufe 5 und äh die jungs hier müssen wir auch noch besuchen hier die mit dem priester dann haben wir noch die quest die wir abschließen können ähm kreischlinge haben wir auch noch und schatz suchen haben wir auch noch ein paar aber da sind wir noch nicht stark genug für ja ok dann können wir noch mal gucken ob wir hier was skillen können aber lohnt sich noch gar nicht ist freigeschaltet ab stufe 9 hier stufe 16 ja also bis stufe 9 müssen wir noch warten wir hätten ein blaues mutter gehen wo wir die zeichen machen können ja ok lohnt sich noch nicht ähm gut leute ja also mir hat es auf jeden fall sehr viel spaß gemacht heute die session ähm war einiges los und das mit dem fehlgeborenen war echt hart muss ich wirklich sagen also die wendung der geschichte habe ich echt so nicht erwartet und kommen sehen ähm ja könnt ihr mir gerne mal schreiben wie gesagt auch auf facebook ähm auf der auf twitch ist die facebook seite verlinkt ähm wie ihr die folge fandet und ähm ihr könnt mir auch gerne anregungen schreiben was wir machen wollen ähm welche quests ne ähm gerne bei also es wird es als vod jetzt irgendwann geben ähm dann könnt ihr es auch gerne immer nachgucken und ähm mir dann quasi schreiben welche quests ihr sehen wollt ähm dann plane ich die auf jeden fall ein in der session ja ansonsten wie gesagt hat es mir sehr viel spaß gemacht heute ähm und ich hoffe dass wir jetzt die tage wieder zocken also ähm morgen bin ich auf jeden fall bis 16, 30, 17 uhr noch gebunden ähm da muss ich noch einiges machen ähm aber vielleicht auf den abend nochmal für so zwei stündchen vielleicht ne ähm vielleicht spielen wir morgen auch nochmal magic müssen wir mal schauen ähm könnt ihr mir auch gerne schreiben auf facebook äh was ihr lieber sehen wollt ob nun äh äh the witcher oder ähm ähm äh magic haben wir jetzt auch schon eine ganze weile nicht mehr gespielt und ähm ja ansonsten verabschiede ich mich hier ähm vielen Dank fürs zusehen und ich hoffe wir sehen uns äh das nächste mal wieder wenn es wieder heißt auf in die Abenteuer mit dem mit dem mit dem mit dem